Tue ich nur um eine Pflicht. Ich werde Ihnen sogar 20 Genies für diesen Vorschlag in Rechnung stellen. Sie sind ekelerregend, Sägemoor. Sie profitieren vom Tod Ihrer Klienten. Das ist mein Beruf. Ihr Hinscheiden wird das Geschäft sehr beleben, Epiphania. So, Sie erwarten also, dass ich mich umbringe, nur damit Sie Geld verdienen? Sie haben mir doch die Hoffnung darauf gemacht, meine Teure. Mistkern! Na, 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 das Rezept wird mich dafür entschädigen. Verflucht sei Ihr blödes Rezept. Sehen Sie, was ich damit mache. Hier. Ich sagte doch, es ist unfehlbar. Und jetzt, nachdem Sie Dampf abgelassen haben, liebe Epiphania, setzen Sie sich doch und erzählen mir von Ihrem Problem. Mein Herz ist gebrochen und Sie, Sie sagen mir, ich hätte Dampf abgelassen. Wie würden Sie es sonst nennen? Sie sind kein Mann. Sie sind ein Engländer. Wie konnte mein armer Vater seine Rechtsangelegenheiten bloß einem so herzlosen Schurken anvertrauen? Sie mögen damit vielleicht genau den Punkt erfasst haben. Jetzt bitte setzen Sie sich. Oh, Julius. Julius. Wie konnte ich nur so dumm sein, so etwas zu tun? Er ist immerhin ein guter Sportler, ein erstklassiger Tennisspieler, ein begabter Boxer, alles gute Leistungen. Ja. Und anders als die meisten hübschen Männer, hu, konnte er sich so gut ausziehen.